Wir stehen hier im Südosten von Allerheiligen vor dem Baugebiet B2. Hinter mir auf der grünen Wiese plant die Stadt eine weitere Bebauung. Hier sollen Doppelhäuser, Reihenhäuser und auch mehr Familienhäuser entstehen. Dabei soll die Bebauung, die zweieinhalbgeschossig ist, weitergeführt werden und eine maßvolle Höhe auch hier erreicht werden. Hierbei sollen vor allen Dingen Familien angesprochen werden, denn mindestens 30 Prozent sollen in Form von bezahlbarem und preisgedämpftem Wohnraum entstehen. In Reihenhäusern, das haben wir hier in anderen Baugebieten auch schon aufgegriffen, für kinderreiche Familien und auch in Mehrfamilienhäusern, die entstehen können. Schule und Bahnhof sind gar nicht weit weg, wo man mit S-Bahn und Schnellbus dann auch gut nach Düsseldorf kommt. Und die Infrastruktur in Allerheiligen muss noch weiterentwickelt werden, aber auch daran arbeiten wir hier als SPD vor Ort intensiv.